So meine Damen und Herren, jetzt wieder bei einer Runde, die wir schon gespielt haben. Leider, leider, leider. Warum ist der oben schneller als ich? Das finde ich nicht fair. Aber okay, wir gucken mal gleich mal. Wir haben hier zwei Runden wieder. Kontrollpunkte 38. Das ist diesmal ein Kontaktrennen und ich muss den Dings wieder ausmachen, auch wenn gerade nichts Vernünftiges kam. Aber ja, aus irgendeinem Grund wird mir teilweise jetzt gerade schlecht. Das könnte sein, weil ich ihm zu viel abnehme im Moment. Ich bin zwar stolz drauf, ja, wie gesagt, gesund ist es nicht. Ich habe einen Kloß im Hals und der tut mir überhaupt nicht gut. Also wenn ich irgendwann mal nicht mehr reagieren kann, bin ich unternerd gewesen. Ich muss gleich mal dazu sagen, wenn immer noch Videos rauskommen, ja, ich kann im Krankenhaus liegen, ja, ich kann sonst wo sein, ich kann auf dem Boden liegen und sterben. Ich habe alles geplant, sämtlich Videos, die ich aufgenommen habe und wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt bis zum 10. Videos bis zum 30. aufzunehmen und hochzuladen, alle geplant. Naja, dann bin ich schon am 10. oder am 11. tot und meine Videos kommen trotzdem online. Also ein schönes Andenken an die Nachwelt, noch ungefähr 20 Tage. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade auf dieses eine Thema komme, aber ich komme gerade auf dieses eine Thema. Mit meiner Mutter habe ich auch schon verrückt gemacht. Eigentlich müsste ich mich ja jeden Tag mehr, weil man weiß ja nie, was mit mir ist. Ja. So, aber wir wollen heute nicht über den Tod reden, wir wollen aber auch nicht wissen, was ist, wenn Nancy stirbt. Und ich glaube, niemand würde das mitkriegen, niemand würde das großartig interessieren, jedenfalls das, was auf YouTube ist. Und so in Realität würde das auch keiner so schnell mitkriegen. Vielleicht mal eine Arbeitsstelle, die würden dann aber, ja gut, die Arbeitsstelle würde es ja merken. Es würde ja bei jeder Person sein, die Arbeitsstelle würde es glaube ich merken, da fehlt jemand, würden versuchen anzurufen. Und ich glaube mal im Notfall, wenn man sich als Arbeitsstelle Sorgen macht um den Kollegen, würde man jemanden hinschicken. Und wenn dann keiner aufmacht, würde man vielleicht Krankenhaus oder sowas nachfangen, ich weiß es nicht. Ich glaube je nach Arbeitsstelle unterschiedlich. Ich würde versuchen zu klopfen. Wenn keiner reagiert, würde ich sagen, ja, der Kunde reagiert seit so lange nicht mehr. Deswegen, äh, es ist so ein Hin und Her, was würde man machen? Jo, genau. Danke für deinen Schubsen. Oh, da kam ein LKW. Den hat man ganz sacht übersehen. Ah, da von hinten kommen sie ja auch schon. Ah, so welche Idioten. So, aber ich glaube mal jetzt bin ich... Oh ja, jetzt kommt ja der hier. Ah, ich hätte eine Sekunde länger noch unten bleiben müssen, hätte ich jetzt noch Schub gehabt. Das muss ich mir für die nächste Runde mitmerken. So ungefähr wie jetzt. Ich finde den Wagen, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Äh, es gab, es gibt einen Wagen, den finde ich richtig geil, aber ich komme, weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Den finde ich richtig, richtig nicht. Auch nicht den Voltig oder sowas. Oder war es denn, hey? Nee, das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug hier mit den Bomben und sowas. Äh, was ich jetzt, äh, 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 ähm, Paluten irgendwann mal gekauft hatte. Das finde ich richtig geil, wo man Bomben abwerfen kann und sowas. Äh, das finde ich eigentlich richtig sexy. Ich glaube, das war aber 6 Millionen insgesamt. Man muss ja auch Hunger haben und sowas. Äh, und das Geld habe ich nicht. Ich habe im Moment nur 2 Millionen, glaube ich. Und ich glaube, das ist eine Sache, auf die ich spare. Und weil ich nicht so oft GTA spiele, dauert das bestimmt 3,5 Jahre. Ja, äh, wie gesagt, GTA, äh, letzten Part habe ich ja so ein bisschen noch erzählt. GTA wird bei mir nicht geschnitten. Egal, wenn hier auch mal, äh, 10 Sekunden Ruhe ist. Ich glaube, ich schneide es einfach nicht raus. Aus dem folgenden Grund, ähm, man sieht dann vielleicht, mache ich irgendwelche Fehler, die ich, äh, nicht kommentiere oder sowas. Ähm, also, Beispiel jetzt, äh. Und dann eben ruhig bleiben oder so. Und das hat mir vielleicht einen Sieg gekostet oder so. Ähm, das würde ich dann erst vielleicht am Ende sagen. Oh, das hat mir einen Sieg gekostet. Und die so, hä, von was redest du? Bist du bescheuert oder was? Und ich würde dann sagen, nein, bin ich nicht. Ich bin schlau, ich bin klug, ich bin bescheuert. Ich bin ja schon in der zweiten Runde, seit wann das? Seit. Seit einer Minute bin ich schon in der zweiten Runde. Kann ich auch gefallen. Hm. Das passiert, weil ich die ganze Zeit quatsche. So. Ja klar, irgendwo, wo ich dann in den Himmel, in Porch steige. So. Und Leute, immer mehr von, äh, ich schaue immer mehr von diesen Gerwitz Tagebuch. Alter, der Kopf. Äh, ich kann es nur noch für jeden empfehlen, den Modellbau auch so viel interessiert wie mich. Äh, und ich würde einfach mal sagen, äh, wir können uns extrem freuen, schon mal auf nächstes Jahr, wenn wir dort hinfahren als, äh, in der Kamera als Manzig Gang. Das wird, oder Gruppe, oder wie ihr das auch immer nennen möchtet. Das wird einfach so der Pornöse Hammer. Das sage ich euch jetzt schon. Wir steigen mal jetzt rein, damit wir vielleicht eine bessere Kamera haben. Komm, als Rest der Runde machen wir jetzt so. Äh, ich rede mich hier dumm mit dem nicht, das sage ich euch. Also erst mal, wenn wir, wenn wir diese Runde leider nicht. Und alles von dem Unfall am Anfang, glaube ich mal. Ach du Scheiße. Ah. Und ab nach oben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier oben zu bleiben. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh, schnell fahren wir hier gerade nicht. Also, theoretisch könnte man nicht im echten Leben abheben mit dem Fahrzeug, aber. Wir lassen es mal dabei. Ah, haha, mit dem Durchstatter nach oben. Oh. Da kam aber auch schon der Dritte hinterher. Also wir haben gesehen, ich bin relativ scheiße gewesen. Äh. Ja. Und ich habe auch im Jahresvideo jetzt, ja, eingesprochen gehabt. Alles klar, Tobi. Also, Byte hat mich vorhin gerade bei etwas markiert, wo ich mir denke, ja, ich kenne das aber. So 12.000, nicht gerade die Masse, die ich letztes Mal bekommen habe. Wir sind fast Level 128. Äh, ich würde aber sagen, wir gehen mal kurz raus und können mal gucken, wie viel Geld ich eigentlich insgesamt jetzt besitze. Obwohl, das können wir ja auch sehen. Ne, das können wir nicht so sehen. Oh. War eine okaye Runde. Äh, das hätte man natürlich leider nicht hinbekommen. Wir waren sehr weit hinter dem letzten, äh, hinter dem ersten. Also nicht schön gewesen. Aber gut, wir gehen mal kurz in Single, äh, in Multiplayer Map rein. So, da sind wir mal mit kleinem Zentornochen. Der aus irgendeinem Grund, ich muss mal kurz hier die Musik ausmachen. Wir gehen in Internet. Und da sind wir ja eigentlich schon, wir sind bei 2 Millionen, äh. Ja, 2 Millionen, irgendwas, ich muss hier, ich kann sonst nicht klar denken. Hauptmenü, Einzahlung, 84.000, ja. Also wir sind insgesamt bei 2 Millionen, 90.174 und was ich gerne haben möchte, können wir auch gleich mal gucken. Reisen, Transport, ich glaube das ist bei Warstok. Äh, nach Preis, ne nach Preis. Eigentlich nicht, sondern nach Tings zu eigentlich sortieren. Aber ich glaube, ist es der? Ne, ich glaube der hier ist es. Den Tula. Ja, der Tula ist es. Und der kostet 3 Millionen, wenn man einen, äh, Hangar besitzt. Und, äh, 5 Millionen so. Aber ich habe leider kein Geld, deswegen. Also was brauche ich hier? Ich brauche einen Hangar und, äh, schließe 21 Luft. Okay. Also wir müssen uns erstmal einen Hangar besorgen. Und der kostet 1 Millionen. Ach und die Mission ist gerade am Start. Ne, ja, das ist mir jetzt egal, Leute. Ich würde mal sagen, wenn nicht der ganze Part gefallen hat, gibt es nur noch, wenn ich ein, da unten schreibe, den kommt da. Ob er vielleicht was anderes sehen wollte, außer rennen. Vielleicht sagt er, jo, okay, bring doch einfach mal, äh, so ein... Wir haben ja damals einen Tag einfach in GTA gemacht. Und, äh, vielleicht möchtet ihr sowas sehen. Oder einfach mal so, äh, scheiße mit irgendwelchen Leuten, die ich hier auf, äh, GTA, äh, töte. Oder mit Leuten, die ich spiele. Oder andere Projekte, die ihr gerne sehen möchtet. Oder irgendwelche Rennen oder Challenges. Oder legt mir am Sack irgendwelche Sachen. Aber kein... Ähm... Wie nennt sich das gleich? Kein, 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 kein... Ne, das, was Kev macht. Äh, diese Hardcore-Maps. Ja. Und dann. Ciao, ciao.